Am Sonntag, den 7.8.2022 gegen 16.10 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Leipzig nach grüner Mitte alarmiert, da eine Person aus dem 5. Obergeschoss eines Wohngebäudes gesprungen ist. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Im Einsatz waren das Hilfeleistungsleuchtfahrzeug der Berufsfeuerwehr der Feuerwache Südwest, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein Rettungswagen vorm Deutschen Roten Kreuz, drei Funkstreifenwagen, davon ein Außendienstleiter und der Kriminaldauerdienst. Die Polizei sperrte den Giewick am Haus ab. Passanten ließen ihre Kinder jedoch am direkt gegenüberliegenden Spielplatz mit Sicht auf die abgedeckte Leiche spielen. Parallel kam es in Grünau zu einem Flächenbrand. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise das von dem Flächenbrand, Link auch in der Videobeschreibung.